und weg ist er was kann man da mitmachen das reisesystem ist jetzt echt kacke geworden aber das soviel jetzt einzigen klicken muss also generell das mit den karten ist echt teuer aber dass du das navigieren selber ist ein bisschen äh 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 ok es wird zeit für das was ich mir vorgecraftet habe wenn ich sie finde ich leuchte ich hasse es ich hasse es das war nicht so gut ich hoffe ich überlebe das ich bin auf jeden fall bei den passen ich habe nichts anzuziehen machen was ich ich habe es wollen ich bin ich bin passen schlau das ist nur mit Trugwechsel nee, soll ich die Bannimare erst machen? Moment, ich muss mir das heilen. Wir haben jetzt doch keine Verbände mehr, WTF. Das ist nicht gut. Ich muss mir aufpassen. Jetzt hab ich einfach keine Verbände mehr. Warum das denn? Nanoraph Vandages waren am besten, oder? Ja, aber das ist ein richtig krass. Aber ich hab 193 von denen, okay. Ja, synthetisches Material. Was? Hat sich benutzt im Moment noch Bandagen. Ich hab von denen genannt, benutze ich 75 in Aktion. Ich hab noch 75 bei mir in... Ich hab noch 50 auf Lager, generell. 27 Kits und halb 21.000 Angriff. Nur für den Fall, ne? Ich brauch Kohle. Wir machen jetzt auch ein paar für den Fall. Was? Ja, wenn du mal stirbst, ne? Ja. Ja, vorkommen. Aus irgendeinem Grundgrund ist bei mir immer noch öfters vor als bei dir. Was? Und ich weiß aber echt nicht warum. Ich könnte es ja sagen, wieso. Das wäre ja gemein. Jetzt hab ich die warten bis hier das ganze synthetische Material durch ist ey. Und sie sind jetzt endlich durch. So, den war ich mit dir nochmal. Okay. Wir brauchen mehr von dem Zeug. Okay. Ist schon ein bisschen was her, wo wir das jetzt mal aufgenommen haben. Ja, weißt du, ob du jetzt geht? Ja, ich muss mich gerade nochmal ein bisschen einfinden hier in das Spiel. So, ne, unter anderem wollte ich da hin. Ja, ich weiß, ich muss jetzt erst mal mein Ding so ein bisschen entleeren. Mein Inventar. Okay, das ist schon mal leer. Äh, okay. Ja, das nehme ich auch mal mit, so wie ich es habe. Und das hier muss ich dringend ablegen. Warum habe ich eigentlich dieses Messer dabei? Bist du mit abstechen? Oh, ne, ne. Ähm. Hatten wir nicht auch eine Kiste, wo wir so Kleidungsschutze drin haben? Ja, da. So. Ich gehe jetzt aber ganz kurz hoch auf mein Schiff. Sachen ablegen. So. Oh, Lufis. Hallo. Wir können runter. Hoffe ich. Okay. Und, komm. Ja, ich bin das Schneehelzen. Oha. Uh. Okay, warte, warte, ich bin gleich wieder lacht. Machst du. Ich bin sofort wieder da. Moment, 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 Moment. Ich bin sofort wieder da. Moment, Moment, Moment. Ich komme wieder runter. Ach so. Ich hoffe, man findet oben auch viel. Kohle brauchen wir auch wieder. Warte, 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 warte. Nicht töten. Ich nehme das ausprobieren. Okay. Ah, das klappt nicht. Fleisch. Vielleicht bei dem Kreator. Vielleicht funktioniert das ja nur bei bösen Kreaturen. Nein, das steht bei friendly Kreatures. Was ist denn das überhaupt, das du hast? Holds up to three friendly Kreatures in Stasis in order to safely relocate them. Also ich kann irgendwie in Stasis... Ah, ich weiß auch nicht. Keine Ahnung, was ich mit dem Ding teile mache. Das ist irgendwas... Schreibst du mal in den Cut in die Kommentare, wofür ich den Relocator brauche. Ich glaube, für sowas sollten wir uns mal so ein Schiff holen, ey. Ja. Es gibt Schiffe? Aber das ist scheiße teuer. Ja, statt den Gleiter kann man... Also statt diesen... Äh... Gleiter, den man da kaufen kann, kann man sich auch ein Boot holen. Oh nein. Ich habe ihn umgebracht. Wieder umgebracht. Ah, Pixel sind weg. Ich habe mich gerade gar nicht so troffen. Äh, was suchen wir hier auf dem Planeten eigentlich? Ähm, Affen. Okay. Ja, nicht, dass die wieder irgendwo unter dem Wasser hängen, ne? Hm. Eigentlich müsste er ja bei Festland sein. Also ich... Ich verurte mich, wir werden mit dem Planeten. Ah, der hat auch... Der hat langst du alles. Prost, kse. Eingeschehen. Hast du... Nee, ich habe ja noch ein Boot holt. Ja, aber ich habe dir, äh... Nee, du hast einmal drauf geballert, danach ich. Und die... Und die Pixels du bekommen. Ja. Weil ich geil bin. So krass, noch da oben. Hast du ja auch was gefunden? Ich gehe mal gar rauf und Vielleicht hätte ich dich da unten lassen. Ich gehe mal rauf und 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 ich gehe mal rauf Ah, okay. Dann traf ich das Ding halt eben nicht. Wir hätten uns im Punkt setzen sollen, wo wir gestartet sind. Damit wir hier mit Wissern wieder zurück sind. Oh, ich gehe fischen. Weißt du, man kann eigentlich nicht fischen ohne eine Blasterkanone zu benutzen oder so. Ohne Blaster kann man doch tatsächlich fischen. Also wenn da nicht so viel Wasser wäre, wäre es schon geil. Ja. Wir brauchen ein Boot. Hey, Schnee. Zur Abwechslung mal. Schmütze Schnee eigentlich bei uns zu Hause. Äh, klar. Müsste, glaube ich, schmütze. Jetzt bin mir nicht 100% sicher, aber ja. Hm. Naja. Spannende Musik Das war doch auch noch der Weg. Wir haben uns alle bekommen. Gänse ist alle. Aber wir sind schön. Wir sind alle gut. Aber wir sind alle gut. Wir haben alle gut, dass wir das gut kommen. Weil halb ist. Man, hier ist ja nichts. Was ist das denn? Das sieht aus wie ein Mensch. Flossen. Wasser, Mensch. Kann sein. Schätz ich mal. Oh man, schon wieder Wasser. Es ist so ätzend. Ätzend, ätzend, ätzend. Jetzt mal mit dem Boot schneller. Jetzt mal. So, was haben wir hier in der Kiste? Zwei Upgrade-Modulen, 90 Pixel und ein Meta-Manipulator. Hast du schon eine Kiste gefunden? Ja, ich bin gerade mal so ein bisschen runter in die Höhle rein. Ich fülle die gerade wieder raus. Also, ich fülle gerade das. Das ist hier völlig mit, äh, mehr Wasser. Ach, damit wir endlich laufen können auf der Oberfläche. Was ist das? Was ist das? Passt. Wir haben ja gerade auch ein paar von den neuen Rohstoffen, die auf diesem Planeten hier sind. Alter, hier ist gar nichts. Ich glaube, das ist ein anderer. Alter, ich glaube, die Rasterplaneten sind ein bisschen kacke. Aber vor allem, wenn man so unterwegs ist, ist er hier. Wo ist er denn sonst? Ein Diamant? Mein Vogel hat gerade einen Diamanten verloren. Ich taue dem Diamanten hinterher. Warum hat denn ein Vogel einen Diamanten dabei? Ich habe keine Ahnung. Hab ihn. Perfekt. Na, jetzt bin ich auch unter Wasser. Ich würde sagen... ... 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 auch lustig aus. Jetzt gibt es einen Minivulkan. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020